Die Schreinerer Bertha AG, ein modernes, innovatives Traditionsunternehmen mit Sitz in Schattdorf. Der Betrieb plant, produziert und montiert individuelle Schreinerarbeiten wie Möbel, Innenausbauten, Innen- und Aussentüren sowie Fenster. Fenster machen auch einen großen Teil des Produktionsvolumens aus und sind eine Spezialität des Unternehmens. Qualität und Präzision ist ein Garantiemerkmal der Firma. Mit modernstem Maschinenpark und Know-how der erfahrenen Mitarbeiter werden alle Herausforderungen gerne angenommen. Ihr Leitspruch »Geht nicht, gibt's nicht« wird tagtäglich gelebt und umgesetzt. Die Schreinerei Bertha wird durch ein junges Leiterteam geführt. Sepp Walcker, verantwortlich für die Produktion, in der immer wieder Spezialaufträge mit viel Enthusiasmus und Engagement gefertigt werden. Walter Bissig, Leiter Administration und Beratung, in der jeder Kunde auf eine langjährige Erfahrung zählen kann. Individuelle Beratung auf Objekt- und Kundenwünsche abgestützt, sind Garant für gelungene Ausführungen, an denen auch weitere Generationen noch Freude haben. Im eigenen Showroom sind die gängigsten Produkte ausgestellt und können in einer 1 zu 1 Situation angeschaut sowie auch erlebt werden. In der Konstruktion kann das, was mit dem Kunden besprochen, direkt umgesetzt werden. Dank moderner CAD-Software ist jede Konstruktionszeichnung massgenau für die Ausführung in der Produktion. Fenster der Schreinerei Bertha AG sind vorwiegend aus Holz oder aus einer Kombination von Holz und Alu gefertigt. Diese Produkte erfüllen mehrere Zwecke, wie Sicherheit, Lärm- und Wärmedämmung. Als Vorreiter im Bereich Minergie bietet Bertha natürlich auch Fenster in den gängigsten Energiesparstandards. Türen sind individuelle Anfertigungen. Das heisst, jedes Stück ist ein Unikat und wird auch mit Sorgfalt hergestellt. Passgenau, qualitativ hochstehend, zu vernünftigen Preisen. Der Betrieb ist bestrebt, junge Menschen in der Branche der Schreinerei selbst auszubilden. Der Service rundet das Gesamtangebot ab. Saubere und korrekte Arbeitsweise ist eine Selbstverständlichkeit. Alle gefertigten Produkte werden durch das eigene Montageteam vor Ort montiert und schüstiert. Hand in Hand werden die Arbeiten ausgeführt. Das Portfolio der Schreinerei lässt sich sehen. Durch die Vielseitigkeit von den verschiedensten bereits produzierten Objekten ist die Schreinerei Bertha AG die Visitenkarte für gelungene Projekte. ausweitige Geist Schreinerei Gesamt